Was geht ab, Leute? Heute möchte ich mit euch über die eine Entscheidung, die ich auf dem Seminar von Christian Bischof getroffen habe. Als ich auf die Kunst ein Ding zu machen, so heißt das Seminar ja, habe ich ganz, ganz viel gehört, was ich schon kannte, aber gleichzeitig habe ich eine Sache realisiert. Denn auf so Seminaren ist es ja immer das Gleiche. Da gehen Leute hin, die irgendwo ihr Leben verbessern wollen oder irgendwie ein paar mehr Tipps wollen und dann ist man da und alle fühlen sich total super und dann werden große Pläne geschmiedet und dann geht man nach Hause und ist voll motiviert und nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen und spätestens nach ein paar Monaten ist das Ganze so verflogen und da stehen zwar dann noch große Pläne, teilweise vielleicht sogar auch wirklich umgesetzt, aber im Großen und Ganzen kommt nicht so das Große bei rum, was man sich eigentlich erhofft hat. Und das ist ja vollkommen logisch. Man ist in diesem emotionalen Zustand, wo man sagt, ja, ich kann alles schaffen und macht sich dann riesige Visionen in seinem Kopf und merkt dann, dass es einfach, wenn man es wirklich machen will, viel härter ist, als man eigentlich dachte. Und als ich da saß und ich glaube, es ging gerade darum, dass man sein Leben in zehn Jahren aufschreiben soll. Und ich saß da mit meinem Stift und meinem Blog wie jeder andere. Es waren so 30 Minuten Stille, wo jeder einfach nur für sich aufschreiben sollte, was möchtest du in 30 Jahren haben, was möchtest du, ich meine in zehn Jahren, was möchtest du in zehn Jahren besitzen, wer möchtest du sein, wo möchtest du leben, was möchtest du machen. Und ich fange auch an zu schreiben und fange an zu schreiben und schreibe und schreibe und schaue mich dann irgendwann nochmal um und ich merke, wow, krass, Moment mal, hier sitzen 2400 Menschen gerade, die alle ihr Traumleben in zehn Jahren beschreiben. Und dann habe ich realisiert, vermutlich 2%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,01% all dieser Menschen werden das wirklich haben. Ich meine, wie viele Menschen, glaubt ihr, bei 2400 Leuten eine Person, 2, 5, 10, 20, 20 finde ich schon echt krass, 100, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die absolute Minderheit. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, es macht doch gerade jeder den gleichen Fehler. Jeder macht dieses, ich möchte das, deswegen gehe ich dem jetzt nach und dann fällt man ein paar, ein bisschen Zeit später auf die Fresse. Und ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben, weil die Übung ist super und die Übung ist sinnvoll, aber ich habe gemerkt, dass die eine entscheidende Sache, die diejenigen, die wirklich dieses Traumleben haben werden und die alle, 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 alle anderen, die es nicht haben werden, die unterscheidet eine einzige Sache. Und zwar, wie sehr sie es am Ende einfach machen. Einfach nur machen. Egal, wie hart es ist, egal, wie viel Angst sie haben, egal, wie erschöpft sie sind, egal, wie aussichtslos es aussieht, egal, was sich sonst ihnen in den Weg stellt, dass sie es einfach machen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich möchte auf jeden Fall zu den Personen zählen, die das wirklich schaffen. Und dann habe ich mir diese eine Entscheidung gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, ich treffe diese Entscheidung, weil ich weiß, dass die so viel wichtiger ist, als jedes Ziel, was ich mir setze, als jede Gewohnheit, die ich jetzt installieren möchte. Ich habe mir gesagt, ich, und ich habe mir das auch auf meinem Blatt so hingeschrieben, ich bin bereit, jeglichen Schmerz auf mich zu nehmen, der sich langfristig lohnen wird. Und mit Schmerz meinte ich dabei, sowohl Angst, wie auch Erschöpfung, wie auch alles mögliche andere, was passieren könnte. Denn was ist wirklich unser Problem, wenn wir Sachen machen wollen? Die Motivation zu bekommen am Anfang ist nicht schwierig. Dann es sich aufzuschreiben ist auch nicht so schwierig. Und anzufangen ist schon schwieriger, aber es schaffen viele auch noch. Aber es dann wirklich durchzuziehen. Und ich merke das bei mir selber schon. Am Ende kommt es immer nur darauf an, wie viel du wirklich, wirklich am Tag machst. Und ich bin derzeit so hart am Durchziehen, dass ich so stark an meine Grenzen komme. Und ich merke einfach, dass es wirklich weh tut. Aber wenn man weitergeht, 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 man wirklich dahin kommen wird, wo man hinkommen möchte. Und das habe ich in dem Moment so stark erkannt und habe mir einfach geschworen, ich bin bereit dazu, jeglichen Schmerz auf mich zu nehmen, der sich langfristig für mich lohnen wird. Denn diese Entscheidung ist nicht nur unglaublich radikal, sie ist auch so viel Freiheit. Sie ist wirklich Freiheit. Denn diese Entscheidung gibt uns die Freiheit zu sagen, okay, ich mache es einfach. Ich mache die Dinge, von denen ich weiß, dass sie sich langfristig lohnen wird. Denn wenn es darum geht, ob du heute noch ins Gym gehst, woran entscheidet das wirklich? Du verbrauchst so viel Energie zum Leben, ah ja, ich könnte gehen, ich könnte aber auch nicht. Und heute regnet es ja und heute fühle ich mich nicht ganz so gut. Und da geht so viel Energie rein. Und wenn du dir sagst, ich bin bereit dazu, jeglichen Schmerz auf mich zu nehmen, der sich langfristig lohnen wird, dann gibt es dieses Hin und Her nicht mehr. So, dann sagst du einfach, Gym, ja. Gehst du noch eine Stunde weiterarbeiten? Ja. Mich mit meiner Familie treffen, auch wenn ich eigentlich gerade vielleicht nicht so in der Laune bin? Ja. Mehr auf meine Gesundheit achten? Ja. Den Muffin weglassen, wo ich ihn echt gerne essen würde? Ja. Und bam, 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 bam. Wir wissen, was die richtige Entscheidung ist. Gleichzeitig, das bedeutet ja auch nicht, dass du immer nur das machst, was dir jetzt im Moment wehtut. Aber viele Dinge kosten einfach extrem viel Kraft. Und das ist mit Schmerz, mit Angst, mit Erschöpfung, wie auch immer du es für dich betiteln möchtest, hängt immer damit zusammen. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, alles, wovon ich weiß, dass es sich langfristig lohnen wird, werde ich auf mich nehmen, damit ich das beste Leben führen kann, das ich möchte. Und das ich dann schließlich auch haben werde. Und deswegen überleg dir selber ganz genau, wie sehr möchtest du es wirklich. Und wenn du wirklich so eine radikale Entscheidung triffst, dann machst du es einfach. Du denkst dich mal nach. Das Denken in diese Entscheidungen, ziehe ich das noch durch oder nicht, das killt uns. Das ist die eine Sache, die uns killt. Aber wenn wir so eine klare Entscheidung treffen und sagen, wenn es sich lohnt und wir wissen, dass sich die allermeisten Sachen lohnen, das wissen wir, darum geht es nicht. Es geht darum, es zu machen. Das heißt, wenn du dir sagst, all diese Sachen mache ich einfach, dann machst du sie einfach. Und du denkst nicht mehr darüber nach. Es ist einfach nur, wenn ich in diese Situation komme, wo ich normalerweise überlegen würde, überlege ich nicht, sondern bam, ich mache es einfach. Weil ich entschlossen habe, ich nehme alles auf mich. Und dann wirst du auch weiterkriechen. Du wirst weiterkriechen, weiterkriechen, weiterkriechen. Egal, wie schwierig es ist. Und natürlich bedeutet es auch, nimm dir mal eine Pause, wenn du dann wieder angreifen kannst. Das ist vollkommen logisch. Das heißt nicht vollkommen idiotisch, durch die Gegend zu laufen und nur noch, es ist alles so hart. Natürlich nicht. Weiterhin strategisch bleiben. Aber, wenn es um die Umsetzung tagtäglich kommt, nimm dir durch so eine Entscheidung, dieses ganze Hin und Her, es schafft dir die Freiheit und somit kriegst du dann auch das Leben, was du wirklich haben möchtest. Deswegen, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Gib mir einen Daumen hoch. Ich frage dann voll wenig danach, gell. Gib mal einen Daumen hoch. Gib mal einen Daumen hoch. Und abonnier, wenn du noch nicht vergessen hast. Oder noch nicht hast. Was kann man noch fragen? Kommentieren, aber das macht ihr eh schon voll. Das freut mich übel. Danke, danke. Und teilen. Teilen könnt ihr noch. Wenn der Meinung sagt, irgendjemand anders, den ihr kennt, musst du es auch hören oder dem wird das gut tun, schickt ihm das per WhatsApp, Mail, Facebook, was weiß ich. Und jetzt, hab einfach noch einen geilen Tag und mach aus dir selbst und deinem Leben ein Meisterstück.